Wir beginnen wieder mit einer Nicht-Meditation. Und vom ersten Moment an genießen wir es, dass die Aufmerksamkeit sich jetzt mehr dem unmittelbaren Erleben zuwendet, dass wir auch den Körper wieder wahrnehmen und achten von Anfang an darauf, dass wir natürlich bleiben, dass wir uns keinen Zwang antun. Wir meditieren so, als würden wir irgendwo hinter einem Unfall im Stau stehen, Motor abstellen und die Zeit nutzen. Wir würden zwar gerne schnell irgendwo hinkommen, geht gerade nicht, und wir geben nach, geben auf und schicken uns in die Situation. Jetzt gerade geht es um gar nichts mehr. Und wir beschließen, statt zu warten, bis es vorbei ist, unsere Möglichkeiten zu nutzen, ganz wach und lebendig da zu sein. Wir halten inne und entspannen uns da hinein, spüren, wie der Atem fließt. Und noch genauer, wir merken, dass es gar keinen Atem gibt, nur viele Hinweise in unseren Empfindungen, dass da offenbar Atem stattfindet. Und wir werden noch präziser mit unserer Beobachtung, unserer Aufmerksamkeit. Wie fühlt es sich zu Anfang, in der Mitte und am Ende des Einatems an? Wie entwickeln sich die Empfindungen? Wie fühlt sich der Umkehrpunkt an? Und Anfang, Mitte, Ende des Ausatems. Wir üben uns darin, unabgelenkt, durchgehend interessiert zu sein an den Empfindungen, die da wahrnehmbar werden. Während wir deutlich spüren, wie es sich anfühlt, einzuatmen, wie es sich anfühlt, auszuatmen, nehmen wir den ganzen Körper wahr. Den ganzen atmenden Körper. Wir nehmen alles wahr, was sich so da an Empfindungen gestaltet in eurem Körper. Immer wieder ein bisschen anders. Zugleich findet Hören statt, Sehen, Riechen, Schmecken. Wenn wir fühlen und denken, oder auch nicht, vielleicht sind wir auch einfach nur gewahr, überprüft doch einmal, ob ihr noch irgendeinen Bereich eures Erlebens ausklammert oder ob tatsächlich jetzt alles willkommen ist. Heißt, alles willkommen, alles darf sein, jede Bewegung darf sein. Wir tun uns keinerlei Zwang an, sondern geben unserem Erleben, unserem Geist, die volle Freiheit. Dabei bemerken wir, wie sich alles ständig wandelt. Das, was ich eben noch erlebt habe, ist schon vorbei und neues Erleben ist dann auch schon wieder vorbei. Ein Strom des Erlebens, ein Strom des Wahrnehmens. Waren da nicht eben Gedanken, schon sind sie wieder fort. Denken, auch verbunden mit Gefühlen, entsteht und entsteht und entsteht. Das Vergehen kriegen wir kaum mit, nur wie das etwas Neues da. Manchmal ist da weniger Denken, weil wir stärker mit dem Wahrnehmen in den anderen Sinnen beschäftigt sind. Dann wieder wechseln wir in ein denkendes Erleben, das jederzeit wieder unterbrochen werden kann, durch eine Wahrnehmung, zum Beispiel im Körper, durchs Hören, durchs Sehen. Lasst uns einmal noch genauer hinschauen. Wenn wir jetzt so den Atem spüren, wir spüren ihn ja wirklich. Und das Zwitschern da draußen, das hören wir doch wirklich. Die Gerüche in diesem Raum, die riechen wir, die Farben, die sehen wir, die Gedanken, die denken wir, die Gefühle erleben wir. Wir erleben es so deutlich und doch ist schon im nächsten Moment unter Umständen eine ganz andere Wahrnehmung da. Je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Experimentiert doch einmal damit, die Aufmerksamkeit ganz bewusst in verschiedene Sinne zu schicken und bemerkt dabei, wie das vorherige Erleben sofort verschwindet, wenn unser Interesse die Aufmerksamkeit wirklich in den anderen Erfahrensbereich gelenkt hat. Wandert mal so vom Sehen, zum Hören, zum Körper, zum Denken, zum Riechen, zum Schmecken und beobachtet, wie die neuen Erfahrungen deutlich entstehen und die alten schon wieder weg sind. Ist das richtig, wenn ich sage, dass wir immer das wahrnehmen, wo unsere Aufmerksamkeit ist? und wenn ich dann wieder zurückkehre, wo ich eben gerade noch aufmerksam war, aber dann zwischendurch woanders, finde ich dann dasselbe Erleben wieder, wie vorher, oder ist das ein anderes, neues Erleben? Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder in den Körper gehe, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder in den Körper gehe, finde ich das selbe Erleben wieder, oder ein anderes? Wenn ich von den Körperempfindungen ins Sehen gehe, finde ich das selbe Seherleben wieder, wie vorher, oder ein anderes? Und wenn ich aus dem Seelen ins Denken gehe, finde ich da den Gedanken von vorhin wieder? Finde ich noch das Gefühl vom Anfang der Sitzung, wie ich mich gefühlt habe, als wir begonnen haben? Danke für eure Erforschung. Das sind ganz einfache Fragen gewesen, die ich euch gestellt habe, die aber eine elementare Bedeutung haben. Wir sind dabei, den Übergang zu schaffen zum vierten Schritt, die Natur der Emotionen anschauen. Wir sind dabei, das vorzubereiten. Im Erleben vorzubereiten. Nicht, dass wir es nur intellektuell verstehen, sondern dass wir es spüren können, dass wir es erleben können. Guten Morgen erstmal alle miteinander. Was habt ihr rausgefunden? Und wenn es euch noch so einfach vorkommt, auch wenn es euch vielleicht wie das 1x1 vorkommt, das ich euch jetzt abfrage, wie ist es denn? Nehmen wir jeweils das wahr, wo unsere Aufmerksamkeit ist, oder nehmen wir auch anderes wahr, wo keine Aufmerksamkeit ist? Sagst du so sicherlich auch. Hast du gehört oder hast du nicht gehört? Doch, ich habe gehört. Du hast gehört. Ich hatte das Empfinden, dass ich einfach es angerückte in den Vordergrund. Genau. Es war mehr Vordergründe. Und das Hören, das war so im Hintergrund. Und auch mein Beziehen und so, das war einfach... Aber zum Beispiel Geschmackswahrnehmung hatte ich dann keine Wahrnehmung. Das ist völlig weggegangen. Das ist völlig weggegangen. Können das andere bestätigen, was Annett beschreibt? Ja, wollen wir uns das Phänomen mal ein bisschen angucken? Was wir machen, ist nämlich für gewöhnlich, dass wir die Hauptaufmerksamkeit jetzt zum Beispiel ins Sehen richten, oder jetzt gerade sind wir beim Hören und Sehen. Und normalerweise treten dann die anderen in den Hintergrund. Aber diese anderen Sinne sind auch noch aktiviert. Sie sind noch aktiviert. Das heißt, wenn da etwas Starkes auftreten würde, würden wir es sofort wahrnehmen. Ja, es würde... Das ist so eine gewisse Schwelle, die dann überschritten wird. Wenn jetzt im Körper jetzt zum Beispiel sich ein Moskito da hinten draufsetzen würde bei mir, dann würde ich sofort, weil der Sticheinstich vielleicht stark ist, würde ich es merken. Aber wenn ich ganz absorbiert bin, und das ist jetzt, worauf ich hinaus möchte, wenn wir ganz in dem einen Sinn sind, dann merken wir das andere überhaupt nicht. Wenn wir völlige Absorption oder teilweise Absorption. Ja, das ist gut, das mal zu unterscheiden. Zum Beispiel, wenn wir ganz fein beim Atem sind und wirklich Anfang, Mitte, Ende des Atems so stark, so fein und alles im totalen Detail wahrnehmen wollen, dann sind wir ganz weit weg vom Riechen und Schmecken und sonstigen Denken. Obwohl wir im Körpersinn sind, das ist ja ein Körpersinn, das Atmen und Wahrnehmen, kriegen wir auch kaum was vom restlichen Körper mit. Merkt ihr? Das ist wie, das ist jetzt, das hängt von der Intensität unseres Interesses ab. Wie stark und intensiv wir dabei sind. Ihr wisst ja, also ich kenne das von früher auch, aber wenn wir absorbiert sind, sei es früher was bei mir, wenn ich in einem Buch absorbiert war, musste meine Mutter mich berühren, damit ich zum Mittagessen kam oder so. Ja, oder zum Abendessen, weil ich völlig weg war. Rufen hilft nix. Und so geht es ja vielen, wenn wir in irgendwelchen Computerarbeit oder Spielen oder sonst wo drin sind, etwas, was uns total in Anspruch nimmt und fasziniert, da sind wir so absorbiert, dass die anderen Sinne wie abgestellt sind. Okay, also ausschließliche Aufmerksamkeit ist eins und dann gibt es die Teil-, die Hauptaufmerksamkeit und teilweise sind die anderen Sinne noch aktiviert und je nachdem, was wir noch für wichtig halten, sind diese Sinne so ein bisschen, die laufen noch mit. Es ist nicht, dass da wirklich so viel registriert wird, aber etwas in uns hat gelernt, starke Reize in diesen Bereichen trotzdem noch wahrzunehmen. Wir würden zum Beispiel, obwohl wir jetzt gar nicht so aufs Riechen aus sind, wir würden einen Rauchgeruch, der sich bildet, dann doch hoffentlich bald mal wahrnehmen. Ja, das ist so, der muss höherschwellig sein, damit es ins Bewusstsein dringt und ist auch ungewöhnlich. Etwas, was nicht hier sein soll, etwas, was ungewöhnlich ist, wird von uns auch immer gleich mal eher wahrgenommen als das Gewöhnliche. Wir haben unser Gehirn mit der Zeit so dran gewöhnt, was alles zu den gewöhnlichen Reizen gehört. Zum Beispiel jemand, der an der Eisenbahnlinie wohnt, hört die Züge gar nicht mehr. Das sind ganz gewöhnliche Reize, die werden gar nicht mehr speziell registriert. Die sind bereits klassifiziert als ohne Relevanz, irrelevant. Können aber, wenn die Reizschwelle bei uns absinkt, wenn wir zum Beispiel einschlafen wollen, dann plötzlich wieder unangenehm bemerkt werden und uns noch wach halten. Ja, das ist dann ein anderes inneres Verhalten. Okay, aber was passiert denn nun? Gehen wir mal in die nächste Frage. Was passiert denn, wenn wir jetzt also ausschließlich in einem Bereich sind oder in ein, zwei Bereichen? Was passiert mit den Gedanken, wenn wir mit unserer Wahrnehmung ins Körper empfinden können? Was passiert mit den Gedanken, die wir gerade noch haben? Macht es gerade mal. Versucht mal, euren großen Zeh, den rechten großen Zeh zu spielen. Noch ein bisschen deutlicher. Okay, wo sind die Gedanken von eben? Ihr habt mir ja zugehört, da waren doch Gedanken. Dann ganz weg, die stärkere Gefühle. Okay, dieses Fading, was du da beschreibst, dieses Ausdimmen sozusagen, unsere Gedanken, hängt damit zusammen, dass es eine Weile braucht, um ganz anzukommen, zum Beispiel Körperwahrnehmung großer Zeh. Wenn ich dieses Interesse, die Aufmerksamkeit da noch verstärke, ist ganz klar, dass ich alles andere loslassen muss. Ich kann nicht mehr festhalten an den Gedanken oder Eindrücken, die gerade waren, weil ich jetzt wirklich ein ausschließliches Interesse auf etwas ganz anderes richte. Seid ihr einverstanden mit dieser Beschreibung? Ihr wisst, in welchem Bereich wir uns bewegen. Das ist der Bereich der Selbstbestimmung. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, ich habe es angesprochen, dass die Freiheit, unser Leben zu bestimmen, darin liegt, wo wir unser Interesse hinlenken. Das Interesse, dass unsere Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit in etwas Heilsames oder Nicht-Heilsames, wo unsere Aufmerksamkeit hingelt, wo unser Geist hingelt, dadurch gestalten wir unser Leben. Wir sind jetzt gerade dabei, diesen Prozess zu untersuchen in etwas größerer Genauigkeit. Also, dieses Fading, dieses Ausdimmen oder allmähliche Verschwinden weist auf etwas hin, dass wir noch etwas festhalten an dem, was eben war und erst mal nur so einen Teil, so eine Vorhut von unserer Aufmerksamkeit schicken in den Bereich, den wir jetzt erkunden wollen. Halten noch so ein bisschen fest. Man kann das, wenn man ganz genau hinschaut, als ein Fluktuieren des Geistes bemerken. Ein schnelles Hin und Her. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir halten noch so ein bisschen fest an dem, was eben war und wenden uns schon dem Neuen zu. Zum Beispiel, wir kriegen einen nervigen Anruf ins Büro irgendein Kunde oder so, ja, und dann wollen wir uns wieder der E-Mail-Arbeit zuwenden, die noch, die liegen geblieben ist, die wir jetzt auch machen müssen. Dann wirkt das ja noch nach. Irgendetwas in uns hängt noch an der unangenehmen Situation, die wir gerade erlebt haben. Und wir schaffen es oft nicht ganz, uns so voll und ganz auf die E-Mails oder die andere Arbeit, die wir zu erledigen haben oder aufs nächste Gespräch, was wir haben, zu konzentrieren. Das Fading ist nicht ausreichend. Wir bleiben immer noch ein bisschen drin hängen in dem, was vorher war. Um ganz anzukommen in dem Neuen, müssten wir das Alte so weit loslassen, dass wir es nicht zwischendurch immer wieder noch stimulieren. Wir sind immer wieder noch noch dabei. und da ist noch so eine, auch noch so ein körperliches Gefühl, da war noch so was, vielleicht war ein bisschen Stresshormone freigesetzt und wir spüren noch so eine Nachwirkung in uns oder es hat uns auf den Magen geschlafen, Bauch irgendwie, spüren wir, das ist, okay, da ist da, wirkt noch was hinterher, aber wir könnten natürlich auch ganz und gar unsere Aufmerksamkeit jetzt auf einen Bereich richten, wenn wir das schaffen würden, dann wird das andere ganz auch völlig zurücktreten. Wie ist es denn, wenn wir jetzt in den Bereich wieder zurückgehen, wo wir vorher etwas erlebt haben, also entweder die Gedanken von vorhin oder die Gefühle von vorhin. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dem Kunden oder zu dem nervigen Gespräch, was ich gerade hatte, was finde ich denn dann? Finde ich das Gefühl von vorher, den Gedanken von vorher oder wie ist das? Wenn ich den Aufmerksamkeit gebe, also ich kann den Aufmerksamkeit in so... Genau, ist es dann derselbe Ärger oder ein ähnlicher Ärger? Ein anderer. Ein anderer. Der ist etwas anders, weil er ist jetzt, er läuft jetzt bereits durch den Filter der Erinnerung. Wir erinnern die Situation, so wie wir sie wahrgenommen haben und über die Brücke der Erinnerung kontaktieren wir wieder das Gefühl und können das auch nähern. Es entsteht aber neu, aber es ist sehr ähnlich und es kann viele Male ganz ähnlich sein. Wir können das immer wieder kontaktieren und einen ähnlichen Ärger oder ein ähnliches Gefühl, ist ja egal was, wieder kontaktieren. Substantiell, das war also, wenn es sich denn gar nicht mehr wieder so war, wenn es im Körper, wenn es im Schmerz, im Körper ist, dann ist es anders, dann hat es verändert, aber dann... Manches ist sehr schwer wiederzufinden. Also so ein Gedanke zum Beispiel von gerade eben noch, der ist sehr schwer wieder... Also den kriegen wir irgendwie nicht mehr so, da müssen wir neu denken und das ist auch nicht mehr wie vorher. Und warum? Weil der keine emotionale Ladung hatte. Gedanken, die keine emotionale Ladung hatten und kein wirkliches, starkes Erleben ausgelöst haben, verpuffen. Da, wo die emotionale Ladung drin steckt, da sind deutlichere Erinnerungsspuren, die hinterlassen viel stärkere Eindrücke, das nennt man dann auch Karma, diese Erinnerungsspuren, die Wirkspuren unseres Denkens und Fühlens sind umso intensiver, je mehr Gefühlsbeteiligung dabei ist, emotionale Identifikation, sind die umso stärker. Und die finden wir leichter wieder, müssen aber eingestehen, dass es nicht dieselbe Emotion ist. Also wenn ich mich jetzt an den Kunden erinnere, an das schwierige Telefongespräch, was ich gerade hatte, dann kommt wieder ein Gefühl hoch, wieder so was Unangenehmes bei mir, was Unbefriedigtes, was Ärgerliches, was irgendwie, was auch immer meine Gefühlsschattierung dann ist. Aber es ist jetzt schon, ich bin jetzt schon danach, es passiert gerade nicht. Es ist jetzt von mir wieder hervorgeholt und beschäftigt mich wieder. Romy. Ich habe mir aufgefallen, dass das funktionieren kann, dass eine Stimmung da ist. Also irgendwie schlechte Laune, auch körperlich spürbar, Reibung, Unwohlsein. Und dass ich dann Gedankenmuster heranhole, indem ich das ausleben kann. Also so immer die gleiche Person trägt dann den Ärger ab zum Spielen. Oder wenn die gerade nicht zur Verfügung steht, die nächste. Oder die nächste. Ja, oder dass ich dann zum Beispiel arbeitssitumal bin, bin ich total zufrieden und denke, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Und dann komme ich in die Phase der Überforderung. Und dann sind es immer die gleichen Gedanken, ja, die Arbeit ist schuld. Genau. Und was dem aber zugrunde liegt, manchmal auch die Stimmungen, die sich dann so ein Mensch hinsuchen, wo ich es dann weiter ausagieren kann. Genau. Das sind also unter den Emotionen, die so auftauchen, sind Stimmungen wahrnehmbar, die typischerweise dazu führen, dass wir genau immer in diesem emotionalen Register so spielen. Dass wir da, wir sind gereizt gestimmt und wir haben natürlich ärgerliche Wahrnehmungen, ärgerliche Gefühle. Wir sind froh gestimmt und haben freudige Wahrnehmungen, sind in dieser Welt sehr positiv. Stimmung und auftauchendes, individuelles Gefühl sind miteinander verbunden. Das macht jetzt unsere Betrachtung etwas schwieriger, weil Stimmungen sind nicht so leicht loszulassen, sind nicht so leicht aufzulösen. Bei beidem, ob es sich um ein Gefühl handelt oder um eine Stimmung oder auch bei Gedanken, also einfach auch abstraktes Denken, begriffliches Denken, denn all das ist Teil unseres Geistes, das sind Geistesbewegungen und wir haben zwei Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können unser Interesse woanders hinlenken und dadurch eine relative Freiheit erfahren von dem, was gerade war. Denn es löst sich von selbst auf. Nur die Stimmungen sind ein bisschen zäher. Der Rest löst sich ziemlich schnell auf. Aber die Muster lösen sich auch nicht auf. Das Muster, so wieder zu reagieren, löst sich auch nicht einfach dadurch auf, dass wir den Geist woanders hinlenken. Sondern nur das, was gerade war. Aber das löst sich verlässlich auf, indem ich mit ausreichendem Interesse den Geist auf etwas heilsameres lenke. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn mir A nicht gefällt, lenke ich den Geist auf B. Okay? Und wenn ich wirklich bei B ankomme und mich damit ausreichend intensiv befasse, mich darauf einlasse, verschwindet A aus dem Bewusstsein. Und wenn es nicht wieder stimuliere, dann ist gut. Ist fertig. Es löst sich von selbst auf. Dieser Gedanke taucht nicht aus eigener Kraft wieder auf. Ich müsste mich schon interessieren dafür. Ich müsste schon wieder durch die Erinnerung wieder in die Situation reingehen. Dann würde ich etwas Ähnliches kontaktieren, aber nicht dasselbe von vor, sondern es würde ein neues Erleben entstehen über die Brücke der Erinnerung. Das ist unsere erste Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mit vollem Gewahrsein in die Erfahrung reinzugehen. Das Gewahrsein zu verstärken, was den jetzigen Gedanken, das Gefühl, die Stimmung, das Erleben angeht. Und durch ein vermehrtes Gewahrsein dann doch auch anders mit der Situation umgehen. Und zwar, was ändert sich im Gewahrsein, damit es geht rum, damit dieses Gewahrsein befreiend wirkt. Und zwar ist das der Schiff, der Wechsel vom Was zum Wie. Wir gehen von den Inhalten zur Qualität des Erlebens. Zum Beispiel bei dem, was mich ärgert, ärgerliches Telefonat, da würde ich, statt mit meiner Aufmerksamkeit bei den Inhalten zu bleiben, dieser blöde Typ und diese übertriebenen Ansprüche und so weiter, und der hat mir überhaupt nicht zugehört. Da bin ich immer mit der Geschichte beschäftigt. Ich kreise in der Geschichte, das nennt man die Inhalte, kreise bei den Inhalten. Und das stimuliert, klar, immer hübsch dieselben Emotionen. Und das kann auch, je stärker ich das mache, desto mehr bauscht sich das auf. Aber einer Emotion, Gewahrwerden, oder eines Gedankenganges, oder eines Gefühls, oder einer Wahrnehmung, Gewahrnehmen bedeutet, sich die Natur, das Wesen dieser Wahrnehmung, dieses Erlebens anzuschauen. Ich lege auf, Telefonat beendet, Fluche noch einen Moment, und dann, okay, jetzt, dann schaltet mein Praktiziererreflex ein, und dann, wie ist es, ärgerlich zu sein? Ich gehe nicht woanders hin, bleibe dabei, aber ich bleibe nicht bei der Geschichte, sondern bei der Erfahrung. Wie ist es, so zu sein? Wie ist es, das zu erleben? Wie ist Ärger in dem Moment? Oder ich fühle mich verlassen. Wie ist es, sich verlassen zu fühlen? Wie ist es, sich einsam zu fühlen? Wie ist es? Immer diese Frage mit dem Wie. Wie fühlt es sich an im Körper? Was macht das? Wie fühlt sich das innerlich an, so auf dieser Gefühlsebene? Und wir machen da auch etwas, wo wir das Interesse von der Geschichte abziehen, und in die Qualität des Erlebens gehen. Also auch da findet ein Wechsel unseres Fokus statt. Der normale Fokus ist auf den Fakten, auf den Tatsachen, auf dem inhaltlichen Erleben. Und da verheddern wir uns. Da gibt es oft auch gar keine Lösung. Die Situation lässt sich nicht mehr regeln. Die ist, wie sie war. Da kann man noch so viel drüber nachdenken, und findet keine Lösung. Aber wenn wir ins Erleben gehen, in das, was genau wie es ist, genau diese unauflösliche Situation, jetzt erlebt zu haben, wie fühlt sich das an? Ich bin gerade zum Beispiel alleinstehend, würde aber gern mit jemandem zusammenleben und so. Kann ich lange drüber nachdenken, was ich mir alles wünsche, aber wie fühlt sich das an? So, diese Stimmung, zum Beispiel abends allein zu sein, sich allein zu fühlen, einsam zu fühlen, wie fühlt es sich an? Und damit komme ich ins Erleben von dem, wie es wirklich ist, ohne drüber nachzudenken. Ich komme wieder ins Erleben. Aber ich weiche nicht aus. Und ich bin so mutig, genau dieses Gefühl anzusteuern mit meinem Interesse, mit meiner Aufmerksamkeit, vor dem ich normalerweise davonlaufen würde. Würde ich den Kühlstrang aufmachen und gleichzeitig auch den Fernseher anstellen und noch schauen, ob wenn ich jemandem WhatsApp geschickt habe, und lieber auch noch eins auf den Weg schicken, ob auf jeden Fall mich mit anderem beschäftigt. Okay. Aber nein, wir halten inne und wir richten die Aufmerksamkeit auf die Natur des Erlebens. Und das können wir auch mit einer Stimmung machen. Rumi, ne? Deswegen, du hast das ausgelöst. Wir brauchen das nicht nur mit dem Gefühl zu machen. Wenn wir merken, Gefühl ist schon weg, aber die Stimmung ist noch da, dann richten wir das Gewahrsein in, wie fühlt es sich an, so gereizt zu sein? Oder auch so freudig. Ich spreche jetzt viel über die belastenden Emotionen, aber wir können das auch mit den angenehmen Erfahrungen machen, wo wir merken, ah, da komme ich in die Faszination, ins Greifen, beginne mich zu identifizieren mit meinem Erfolg und so weiter. Wir gehen hinein und was passiert? Wollen wir das gerade mal? Ja? Mir sinkt dann die Stimmung, wenn es etwas belastet ist. Mir ist schlecht, gibt es traurig. Aber ich weiß auch, wenn es durchsteht, dann geht es mir hinterher besser. Dann klärt es sich. Aber der Mut, wie du sagst, das auszuhalten, das fühlen und durchzuhalten. Ja, Gisela, denn jetzt beschreibst du noch nicht das wirkliche Reingehen in das Gefühl, sondern das Aushalten des Gefühls. Jetzt wäre der Mut tatsächlich, wie ist es denn, sich so gedrückt zu fühlen? Wie genau fühlt sich es, wie genau ist es, sich mich so bedrückt zu fühlen? Oder mich einsam zu fühlen? Und dann genau in dieses Erleben zu gehen? Was? Ich glaube, wir müssen es mal machen, damit die Antworten nicht aus dem theoretischen Verständnis kommen, sondern aus dem direkten Erleben. Habt ihr noch Kraft dafür? Spüren, Körper spüren, Atem spüren, das körperliche Erleben, wie es jetzt gerade ist, Hör erleben, wie es gerade ist, Seh erleben. Und jetzt richten wir die Aufmerksamkeit darauf, wie bin ich eigentlich gestimmt gerade? Dieses unaussprechliche Gestimmtsein, was ich jetzt gerade spüre, wie fühlt es sich an? Wir sind auf jeden Fall so oder so gestimmt gerade. Wir brauchen es nicht mit Worten zu beschreiben. Versucht mal ganz fein zu spüren, wie ihr jetzt gerade gestimmt seid. Wenn ihr das Gefühl habt, nicht zu wissen, wo ich überhaupt mit euch hin will, dann schaut euch genau dieses Gefühl an. Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt sich das an, nichts zu finden? Wie ist es denn gerade? Sind da Spuren von Gereiztheit zu bemerken? Ist da vielleicht friedliche Stimmung zu bemerken? Ist da sogar der Geschmack von Freude? Oder zieht da gerade was Trauriges durch? In dem Spektrum von völliger Weite und völliger Enge des Herzens. Wie fühle ich mich da gerade? Wie bin ich gestimmt? Jetzt versucht doch mal eins. Stellt euch doch mal vor, diese Stimmung von jetzt gerade. Könnt ihr die bewahren? Könnt ihr die bewahren und sicher sein, dass sie in einer halben Stunde immer noch da ist? Was müsstet ihr tun, um da sicher zu gehen? Ihr habt es ja nicht mal für zwei Minuten geschafft. Ich habe schon einige von euch jetzt lachen sehen. Das war vorher nicht da. Die Stimmung hat sich schon geändert. Jetzt versucht doch noch mal, die Stimmung ein bisschen besser festzuhalten. Nee, also so geht's nicht. Also, also jetzt hört mal, was ist denn jetzt los? Ihr habt ja nicht mal die Stimmung für zwei Minuten halten können. Merkt ihr, was wir tun müssten? Um eine Stimmung zu halten, müssten wir uns von Einflüssen fernhalten. Wir müssten alles ausklammern, was Stimmungen beeinflusst. Jetzt tut das mal. Was müssten wir denn alles ausklammern? Das Miteinander. Das Miteinander müssten wir ausklammern. Das Miteinander. Das Wetter. Das Miteinander. Den Körper, denn der würde ja auch dazwischen funken und was anderes wieder bewirken können. Also die Hormone zum Beispiel und so. Durch die Menschen um uns herum. Weil wir da ja ganz gut Kontakt zu anderen wahrnehmen. Das Funken. Genau. Und ganz ehrlich, wir müssten auch das Denken ausklammern. Weil wir könnten durch andere Gedanken in eine andere Stimmung kommen. Merkt ihr was? Das kommt uns so solide vor, eine Stimmung. Wir fühlen uns manchmal so drin gefangen. Ja, ihr kennt doch dieses Gefühl, oder sich so gefangen zu fühlen in der Stimmung. Und gleichzeitig, es ist ja Gefühle, Emotionen so, die Böller, ja, da sind wir eigentlich alle noch so ziemlich eins, dass die eigentlich vergehen können und sich sehr schnell auflösen können. Bei Stimmungen haben wir alle das Gefühl, dass sie recht zäh sind. Aber jetzt gerade, dieses kleine Experiment, ihr könnt es wieder und wieder machen. Selbst Stimmungen sind null solide. Wir schaffen es nicht, Stimmungen zu bewahren, wenn sich irgendwo in den Bedingungen von den Stimmungen abhängen, etwas verändert. Ist doch interessant, oder? Schreibt euch das hinter die Ohren oder auf den Zettel. Ja, Christian. Ja, aber zieht sich da nicht so eine Grundstimmung so, dass ich das Ganze lieb durch? Das ist jetzt die Frage. Was man gut drauf ist und schlecht drauf ist und auch diese Stimmungen hat, ja. Man merkt, dass es geht und kommt. Aber irgendwas ist doch da eine Stimmung, die so grundsätzlich bleibt. Also ich habe dich jetzt in diesem Seminar schon in deutlich verschiedenen Stimmungen überlegt. Aber das, was du für... Ich bin auch noch übern. Ja, ne? Und diese Grundstimmungen, was ist denn mit denen eigentlich gemeint? Du sprichst von einer Grundstimmung. Was könnte das sein? Das ist ja, wenn da so viele Schwankungen stattfinden, von froh bis traurig und so. Wo ist denn dann diese Grundstimmung? Ja, Sabine, du willst dann darauf antworten, ja? Ja, so ist es vielleicht so eine Art Charakterzug. Charakterzug, ne? Es hat was mit Charakter, mit Persönlichkeit zu tun. Sabine? Ja, so eine Tendenz. Genau. Genau. Also bestimmte Muster, die in uns aktiv sind. So Tendenzen, Neigungen, Charakter, Neigungen. Prägungen auch. Aber wir sprechen jetzt mal von Neigung. Also der Neigung, so und so zu reagieren. Und das erzeugt immer wieder ähnliche Stimmung. Jemand, der dazu neigt, die Dinge schwarz zu sehen, läuft meistens dann doch mit einer bestimmten Stimmung rum, einer Grundstimmung. Aber die ist auch zwischendurch mal weg. Wenn diese Muster nicht anspringen, dann ist es weg. Wenn die Muster anspringen, wenn sie aktiviert werden, dann ist es da. Selbst der Mensch, der am schrägsten drauf ist, du hattest das so schön beschrieben mit deinem Vater, wenn der die Vögelchen sah und du ihn von einem Tierchen zum anderen geleitet geführt hast, in seiner Natur, in seiner Aufmerksamkeit in der Natur blieb, dann war diese Grundstimmung erst zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt. und Nachrichten schaue, und hat das zu seinem Charakter zu bleiben. Also eine Vögelchen mit einer... Ja. Merkt ihr jetzt, was wir jetzt beschreiben, ist, selbst die Charaktergrundstimmung ist von Bedingungen abhängig. Merkt ihr, dass selbst so Grundstimmungen, die wir für unseren Charakter halten, sind davon abhängig, wie stark wir sie nähren oder unser Interesse, unsere Sichtweise anders lenken, andere Sicht der Dinge einnehmen können. Und wenn wir diese Flexi... Ich komme gleich zu dir. Wenn wir diese Flexibilität nutzen, die wir haben, dann können wir selbst charakterlich uns verändern. In meinem Charakter zum Beispiel, ich war als Kind jähzornig. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er hat sich sehr viel geändert. Es ist eine ganz andere Sicht der Dinge geworden. Wir können selbst bei dem, was die tiefen Muster sind, hyperempfindlich auf Kritik war ich früher auch. Hyperempfindlich war so unsicher, war völlig unsicher. Das war auch eigentlich ein tief eingegrabener Charakterzug damals schon. Und kann man fast zusehen, wie der sich im Laufe der Jahre so lockert, weil eine andere Sicht, eine andere Haltung eingetragen hat. Jetzt dein Beitrag. Verena, ja. Verena heißt er. Ja. Also ich habe eine buddhistische Prässe, aber ich bin jetzt... und es klingt mir nicht willentlich Interesse, woanders hinzulenken. Also innerlich. Außen eine Führung. Also jemand sagt, lies mir mal diesen Buchsartikel vor oder sowas. Dann kann ich das machen. Dann bin ich auch ein Stück abgelenkt. Daher fühle ich mich anders. Aber ich kann nicht in einem... Es klingt mir nicht in einem... Ich kann das nicht. Das bewusst, innerlich, ich kann das nicht lenken. Ich möchte es sehr gerne. Was mir auch auffällt ist, wenn ich unbedingt davon wechsle. Genau. Genau. Das erzeugt nämlich Gegenkräfte. Und Verena, du hast sicherlich auch gemerkt, dass du zwar schon sehen, lenken kannst zwischen Sehen und Hören, wahrscheinlich geht das. Ja. So, das ist nämlich leicht, zwischen Sehen und Hören zu wechseln. Aber sobald etwas emotionale Bedeutung hat, es ist schwer. Wenn wir zum Beispiel etwas im Raum jetzt sehen würden, was uns emotional stark ansprechen würde, da den Blick woanders hinzuwenden oder dann ins Hören zu gehen, ist es viel schwieriger. Und so ist es auch mit den Tätigkeiten, also mit den Gefühlen. Du sagst, du kannst dann zwar in eine andere Tätigkeit gehen und das lenkt dann dein Interesse woanders hin, aber so einfach im Stillen das Herz, den Geist woanders hinrichten, das fällt dir schwer. Diese Fähigkeit muss man entwickeln. Diese Fähigkeit ist genau das, was die Freiheit des Menschen ausmacht. Seine Aufmerksamkeit tatsächlich dorthin lenken zu können, wo es für ihn und für andere heilsam ist. Und du machst den Trick, den eigentlich die meisten von uns machen, wir suchen uns gleich mal eine andere Aktivität, etwas zu tun, was uns auf andere Gedanken bringt. So sagen wir es ja auch. Ich gehe jetzt mal in den Garten und das bringt mich auf andere Gedanken, das tut mir gut. So. Weil wir durch die physische Präsenz in einer anderen Tätigkeit gezwungen sind, uns mit ihr zu befassen, weil sonst alles schief geht. Wir können ja, sobald wir gehen, wir gehen in eine andere Situation, wir treffen andere Menschen, wir müssen uns ja irgendwie darauf einlassen und können nicht so stark festhalten, an was vorher war. Und das hilft uns. Das ist, da haben wir das Gefühl, das ist Freiheit, aber eigentlich ist es eine Krücke. Wir nutzen eine andere Tätigkeit als Krücke, um mit dem Bewusstsein unsere Aufmerksamkeit woanders hinzudenken. Aber wir können das auch lernen und zum Beispiel so wie du es jetzt bei Sehen und Hören schon mit Leichtigkeit erlebst, dass du wechseln kannst, Sehen, Hören, Körperempfinden, zum Beispiel die drei Sinne. Diese Fähigkeit, diese Flexibilität des Geistes, die werden wir jetzt erhöhen. Das erhöht die buddhistische Praxis, aber ja, jede Form dieser Gewahrseinspraxis erhöht die Fähigkeit zur flexiblen Gestaltung des eigenen Erlebens. Und das ist zu Anfang so ganz klein. Wir nehmen so eine ganz kleine, beschränkte Möglichkeit wahr, den Geist zu lenken. Mit der Zeit nehmen wir eine viel größere Spanne wahr. Und ein Buddha heißt es, es ist jemand, der eine völlig hundertprozentig offene Spanne an Möglichkeiten hat, den Geist zu lenken. Der schwierigste Bereich ist immer der, wo die Identifikationen sitzen. Da, wo ich identifiziert bin, da komme ich erst mal kaum von weg. Und jetzt bin ich nämlich beim vierten Schritt bei einer ganz großen Hilfe, um den Geist lenken zu können und um dieses Hindernis auflösen zu können, dass das Wegwollen im Grunde genommen das verstärkt, von dem ich weg möchte. Wenn ich den Ärger nicht haben möchte, meine Aggressivität nicht haben möchte, meine Einsamkeit nicht haben möchte und von ihr die Bewusstheit weglenke, dann habe ich ja einen Feind. Ich habe ja da ein Widersacher, etwas, was ich nicht haben möchte. Und durch dieses Weg-davon-gehen-Wollen, gebe ich dem, von dem ich da weggehe, eine große Kraft über mich. Es gibt nämlich dann einen Bereich in meinem Leben, wo ich nicht hin kann mit meiner Aufmerksamkeit, weil ich sofort in den Sog dieses Musters oder dieser Emotionen oder dieser belastenden Erfahrung komme. Und wenn das viele, wenn das viele Bereiche in meinem Leben sind, die für mich diesen emotionalen Sog oder Zwang auslösen, dann bin ich in einem allmählich sehr generalisierten Vermeidungsverhalten. Es gibt ganz viel in meinem Erleben, in meinen Beziehungen, in meiner Biografie, wo ich nicht mehr hin möchte, nicht mehr hin kann, wo ich sofort in Bedrängnis komme, wenn mein Bewusstsein dahin geht. Und der vierte Schritt, um den es jetzt heute Morgen geht, der geht darum, das anzuschauen, was ich normalerweise vermeide und zu entdecken, dass es gar keine Macht hat, dass es keine Kraft aus sich heraus hat. Und dafür müssen wir entdecken, wie es sich ständig wandelt, wie substanzlos, wie es nicht fassbar ist. Habt ihr das vorhin gemerkt, als ich euch bat, mal ganz genau zu spüren, in welcher Stimmung ihr seid? Das dürfte im Normalfall, wenn ihr nicht gerade eine Emotion hattet, eine stärkere Emotion, dürfte das kaum beschreibbar gewesen sein, was da für eine Grundstimmung gerade war. Weil wir sind in einer Normalstimmung. Wir sind in etwas, was so wenig offensichtliche Stimmungsqualitäten hat, aber dieses normale So-Sein wird trotzdem ganz genau gefühlt. Und wir merken auch, dass es sich wandelt. Ihr habt sofort gemerkt, als ich euch bat, das mal zu konservieren, und ihr schon darüber schwunzen müsstet, und dass ich euch dann noch zum Lachen gebracht habe, dass diese Normalstimmung auch etwas sich ständig Wandelndes ist. Etwas, was sich ständig wandelt, unter dem Einfluss von Bedingungen, ist nicht solide. Okay? Stimmt ihr dem zu? Etwas, was sich unter dem Einfluss von Bedingungen wandelt, ist nicht solide. Und das gilt für alles, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten können. Der Ärger, vor dem wir davonlaufen, die aggressive, defensive Stimmung in uns, die Traurigkeit, die Einsamkeit, was auch immer wir uns nehmen, ist nicht solide. Und das anzuschauen, und das nennt man das Hineinschauen in die prozesshafte Natur dieses Erlebens, Das, vor dem wir sonst davonlaufen, wird zum Gegenstand unserer Wahrnehmung, und wir entdecken diese nicht fassbare Qualität des Erlebens. Darum geht es. Das ist das erste wichtige Stichwort, die nicht fassbare Qualität des Erlebens. Wir nennen das auch die Leerheit in der buddhistischen Terminologie. Damit ist dieses nicht fassbare, nicht greifbare gemeint, als ob man, da ist so ein deutliches Erleben, und wenn man es greifen möchte, hat man das Gefühl, ins Leere zu greifen. Da ist kein Kern zu fassen. Nichts, was bleibt. Okay, jetzt Lisa. Ich habe, als du das angeleitet hast, also auch zum Beispiel in einzelne Wahrnehmungsbereiche zu gehen, ich fand es schwierig, irgendwie dann so klar zu kriegen, jetzt sehen, spüren oder riechen. Also das war so wie so ein zusätzliches, das zu sortieren oder so. Zusätzlich zu? Zu benennen. Das Benennen. Ja, also das war wie so ein, ich habe mir aufgeschrieben, wie so ein Konglomerat an Erfahrungen, das erstmal so ist. Und es war auch so schnell manchmal, also die Qualität von dem Erlebens hat sich so schnell verändert, dass ich gar nicht das benennen konnte. Oder hätte ich schon, aber dann wäre es schon längst vorbeigegesen und das nächste wieder halt. Ja, genau. Und auch das mit dem, also ich habe jetzt halt, weil ich nicht so präzise, wenn ich so direkt damit in der, und das so halt nur lebendig eigentlich, weil ob es dann der C ist, dann kann ich das nicht so präzise, also es wäre halt im Nachhinein, ob es dann der C war. Du, du Lisa, das ist total klasse, was du beschreibst. Du sprichst, als ob du Zweifel an deiner Wahrnehmung hättest, aber du meinst etwas nicht. Ja, ob es unpräzise ist. Nein, es ist nicht unpräzise. Ist es gar nicht. Es ist ganz präzise. Du hast mit großer Präzision wahrgenommen, wie unglaublich dynamisch dieses innere Erleben ist. Das kannst du eigentlich nur als Konglomerat beschreiben. Es geht ständig von einem zum anderen. Und wenn wir es benennen, sind wir schon wieder hinten dran, weil schon wieder das Nächste da ist. Du hast genau exakt mitbekommen, wie unser Leben ausschaut. So genau ist es. Es ist ein ganz, ganz schnelles Erleben in verschiedensten Bereichen, wo das Benennen uns die Illusion höchstens gibt, da wäre was Stabiles, aber das ist bloß, weil wir ein bisschen innehalten und das benennen und versuchen zu greifen, zu begreifen und benennen. Aber gleichzeitig ist schon so viel anderes wieder da. Und wer beginnt so mit dem Gewahrsein da so richtig rein zu gehen, der merkt, boah, das ist ja der Hammerprozess, der da stattfindet. Da ist ja überhaupt nichts festzulegen, festzugreifen. Da bleibt nichts auch nur für einen Moment, den wir auch nicht finden können, für, ja, das Gleiche, dasselbe. Und genau diese Erfahrung, dass eigentlich nichts so fassbar ist und beschreibbar ist und trotzdem deutlich erlebt wird, genau das meint man mit Leerheit. Das heißt, da hast du jetzt einen ersten Geschmack, also vielleicht nicht den ersten, aber du hast es jetzt ausgehört, du hast jetzt einen Geschmack davon beschrieben und wir sind zunächst total überrascht, wie lebendig das ist. Ich mache diese Arbeit gelegentlich mit Menschen, die zu mir kommen, die in depressiven Stimmungen festsitzen, schweren Depressionen und die sind regelmäßig überrascht, wie lebendig das depressive Erleben ist. Das kommt einem ja nur wie eine schwarze Wand vor, ja, und es ist total lebendig in dieser schwarzen Wand. Man muss nur den Mut haben, reinzugehen, aber das möchten ja depressiv gestimmte Menschen nicht. Ich denke, einige von euch nicken aus Erfahrung. Das ist ja, wir vermeiden das ja, das ist ja schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, wenn wir uns mit den Inhalten befassen und es ist befreiend, wenn wir in die Qualität des Erlebens gehen. Und dieser Unterschied, du warst jetzt ganz in der Qualität, du hast die Qualität dieses quirligen Erlebens gemerkt und boah, von einem zum nächsten und so. Und das hört nicht auf. So ist unser Leben und das findet selbst statt, wenn wir das Gefühl haben, wie tot zu sein. Depression ist ja subjektiv das Gefühl, da lebt nichts mehr, ich bin wie tot, da ist schwarze Wand, da ist... Und wenn wir da hineinfühlen, beginnen zu fühlen, das Gewahrsein da hineinlenken, dann entdecken wir, dass da drin Leben ist. Und je länger wir das Gewahrsein drin halten, desto lebendiger wird es da drin. Das Gewahrsein da drin halten, führt dazu, dass wir immer mehr von diesem Lebendigen entdecken. Eine unglaublich befreiende Entdeckung. Es ist nicht schmerzhaft. Schmerzhaft wird es immer, wenn wir uns in die Inhalte ziehen lassen. Aber wenn wir in der Qualität des Erlebens sind, dann beginnen wir, lebendig zu werden. Jetzt Annett war, glaube ich, okay, gehe ich mal so durch Astra. Christian? Mich interessiert nochmal das Phänomen des Nervensystems, weil es gibt ja Zustände, zum Beispiel ich kenne es, ich habe mit, die sich übrigens auch über die Jahre und mit der Praxis verändert haben, die Angstzuständen ganz häufig zu tun gehabt. Aber so existenziell, dass, also, vielleicht kennt es jemand, es kann ganz schlimm sein. Und ich habe dann durch die Praxis irgendwann mal eben auch von dem Lehrer gesagt bekommen, eben geh doch mal in dieses Gefühl. Ja, geh da rein, schau, was tut das oder wie ist es? Und ich hatte dann meinen Erlebnis. Was ja typisch bei Angstzuständen ist, es schwappt etwas hoch, man weiß gar nicht, woher. Also ich war in der S-Bahn gesessen und plötzlich kam eine unheimliche Angst. Und dann habe ich es eben geschafft, wirklich mich da rein zu geben und da konnte ich auch diesen Prozess wirklich so intensiv erleben. Einerseits dieser körperliche Prozess, die sich wirklich wie so eine Welle aufgetan hat, geschwappt von Angst, die dann immer wieder mit Zeit sich abgelöst hat, in völliger Ruhe und die Atmung wurde dann aus diesem Einatmen sich dann entspannt. Dann kam wieder so eine Welle und so weiter. Und währenddem das passiert ist, kam dann auch wie so eine Stimme, die gesagt hat, halte ich nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und das hat es dann natürlich nochmal verstärkt. Also das hat mir auch gezeigt, der Geist ist dann mein, ist sozusagen nochmal der Trigger, um das wieder aufräumen zu lassen. Aber ich frage eben wegen dem Nervensystem. Ich denke, wir sind ja eingekerbt. Also es ist ja wie ein Flug, der sich in die Erde bahnt. Und dies haben wir ja körperlich in uns. Wie kann man das denn, ja, gut, ich habe es erlebt, dass im Laufe der Zeit es wird sozusagen die Erde drüber gestreut, immer wieder und der Flug ist dann nicht mehr ganz so tief, man kommt schneller raus. Aber eben, inwieweit ist denn der Körper, ist er nicht so wandelbar wie der Geist? Denkst du? Oder die Immunität? Sagst du so? Das sind jetzt, die Erkenntnisse sind wirklich anderer Art, dass der Körper und unser Gehirn, darum geht es jetzt ja auch, Nervenbahnen, wirklich modulierbar sind. Die Anzahl Transmitter, die zur Verfügung gestellt werden, die Synapsen, die sich ausbilden, das sind ganz schnell stattfindende Anpassungsprozesse in unserem Gehirn. Es können mit einer neuen Erfahrung, die gemacht wird in unserem Bewusstsein, wenn wir einmal erleben, in der Angst ist es, mir passiert nichts und ich finde, aus dem Gewahrsein, wie es ist, Angst zu sein, finde ich, in ein befreiendes Erleben sofort laufen, schon beim nächsten Mal die Prozesse anders an. Das geht, es ist unglaublich, wie nennt man diesen Ausdruck? Wie? Wie plastisch, wie plastisch unsere Gehirnstrukturen sind und unsere Verarbeitung. Also ein starkes Erleben, was von einer anderen Natur ist, als das, was wir sonst schon mit hundertfacher, tausendfacher Bahnung erlebt haben, kann ganz klar schon das nächste Erleben der gleichen Art beeinflussen und neue Möglichkeiten eröffnen. Wir müssen natürlich dranbleiben, aber es ist möglich, mit wenigen starken Erfahrungen Hunderte und Tausende anderer starker Erfahrungen in den Hintergrund treten zu lassen. Diese Warnungen verschwinden nicht, aber sie springen dann nicht mehr als die einzig mögliche Option an. Es gibt die andere Option und die wird immer stärker, bis das so eine neue Autobahn wird und die alte Autobahn, die ist wie mit Gras überwachsen. Die wird durch die Weise nicht mehr genutzt wird, wird tritt die immer mehr Hintergrund, wird nicht mehr weiter ausgebaut und irgendwann wird das eine sehr unwahrscheinliche Variante unseres Erlebens, weil sie einfach nicht mehr bedient wurde für lange Zeit. Ja? Astra. Also meine Frage schließt genau an. Nehmen wir mal Angst oder Depressionen, was man vielleicht als schwarze Wand empfindet, aber wenn man genauer hinschaut, ist es zu schwarz. Die Frage ist halt nur, komme ich von dem Zustand, dieser Zähheit oder das Gefangensein im Erleben, dass die Wand ja gar nicht so schwarz ist und auch aus meiner Erfahrung ist es so, man muss es halt immer wieder tun. Immer wieder tun. Immer wieder die Erfahrung aufbauen, immer wieder dieses prozesshafte Leben haben, immer wieder sehen, dass die Wand gar nicht so schwarz ist, aber genau diesen Shift zu machen, immer wieder tun, da erlebe ich manchmal auch für mich oder auch bei anderen, dass es genau da hakt. Also da brauche ich manchmal die Ermutigung von außen, wie soll ich sagen, die Wand lebt, ja? Ja. Oder wie kann ich mich selber da noch stärker amutigen? Eine einzige Frage ist immer, das ist, was das ausmacht, wie fühlt es sich an? Dieses eine, wie fühlt es sich an? Immer dahin zurückkommen, wie ist das Erleben jetzt gerade? Wie fühlt es sich an? Wenn ich hilflos da sitze und in einer Situation reagieren muss, also im Gespräch jetzt, wie fühlt es sich an, hilflos zu sein? Nicht dabei bleiben, was muss ich jetzt sagen, was soll ich tun? Es blockiert alles. Sobald ich in das Erleben komme wieder, ah, dann kann ich sagen, kann zum Beispiel aufgrund dieses Reflexes, kann ich also, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergeht. Ich bin gerade, ja, ich kann es benennen und das Ganze kommt wieder im Fluss. Immer wieder, wenn ich einfach nur mit meiner Unfähigkeit sein, mit meiner, wie es sich anfühlt, blockiert zu sein, wie es sich anfühlt, Angst zu sein. Ihr wisst ja, Leute, die Lampenfieber haben, das Beste, was sie tun können, ist sich hinzustellen, zu sagen, oh, hallo allesamt, ich habe gerade ganz schön Lampenfieber. Ja, sie verleugnen nicht ihr Erleben, ein Teil ihrer Bewusstheit ist bei dem, was sie erleben. Das nimmt eine Menge Stress raus und schon beginnen sie sich frei zu reden. Ja, immer gar nicht woanders hingehen, die Lösung nicht auf der inhaltlichen Ebene, auf der begrifflichen Ebene suchen, sondern sagen, hier, da ist doch ein Prozess und der Prozess geht so schnell, wie es Lisa beschrieben hat, wenn wir nicht immer wieder inhaltlich das Gleiche triggern. Genau, weil wir uns nicht füttern. Genau. Ja, also immer wieder in diese, einfach akzeptieren und sein, ja, dieses liebevolle, ja, so ist es gerade. Genau, ja, so ist es gerade, wie fühlt es sich eigentlich an, so ein bisschen Forschergeist, und annehmen von dem, was ist und das ist unser Menschsein. Ich war als Dama-Lehrer, wenn ich jetzt so zurückblicke, auch ganz oft in einer Haltung früher, so, ist doch gar nicht nötig, löst sich doch von selbst auf, ist doch leer und, ja, brauchen wir nicht so eine Aufmerksamkeit, ja, so, und, und habe das mit mir selbst natürlich so gemacht auch, ja, und, und ich merke jetzt, wo ich das, wo ich den Dama meine, finde tiefer zu verstehen, dass es, dass es, mich viel menschlicher macht. Ich bin viel mehr Mensch, ich bin viel mehr in meinem Erleben und habe umso mehr Freiheiten noch gefunden, indem ich einfach im Erleben bleibe und das Erleben nicht für leer erklären muss, sondern entdecke, dass es keine Macht hat. Okay, wir machen gleich eine Pause. Letzte Bemerkung vor der Pause, Christian? Dieses Wahrnehmen von den ständigen Auseinanderfolgen und Drehens, und die nicht im Grunde genommen ist, was jetzt die ganze Zeit wandelt, mir zumindest eher in sowas, wo ich sage, das bringt mein Dings und so nach dem Motto, da muss ich mich echt fokussieren, dass ich mich, absolut, absolut, da habe ich davor Angst, weil ich einfach denke, wenn ich in diesem Zustand bin, bin ich auch nicht mehr kontrollierbar in diesen Sachen, sondern dann schwierig, von einer Situation, Emotionen, Gedanken, und denke, woher ich jetzt dann nicht kriege, dann lande ich in der Klappse. Ja, dann landest du, das wäre so die Präpsychose, ne? Okay. Ist allen bekannt, ist mir auch bekannt. Nicht wahr. Worum es geht ist, dass wir, wenn wir so wahrnehmen, wie lebendig das ist, müssen wir gleichzeitig auch, das ist wirklich wichtig, den Versuch lassen, das alles noch ergreifen und erfassen zu wollen. Wenn wir bei der Geschwindigkeit festhalten wollen, ergreifen wollen, orientieren wollen, Sicherheit, Bezugspunkte herstellen, dann brennt es durch sozusagen. Das hast du schon gespürt. Wenn wir da aber bei dieser, wenn wir bemerken, wie schnell das alles ist, tatsächlich auch annehmend bleiben und durchlässig, dann ist das nur befreiend, weil wir merken, wir brauchen ja gar nichts zu tun. Wir bleiben, ich bleibe hier orientiert, das findet alles statt, ich bleibe voll orientiert, ich brauche dem gar nicht die Aufmerksamkeit zu schenken, ich brauche nichts zu tun, dass es sich auflöst, das tut es von selbst, ich brauche bloß entspannt, annehmend einfach zu bleiben und ich bleibe orientiert. Hören, sehen, riechen, schmecken, denken, alles funktioniert noch und ich nehme wahr, wie schnell das Ganze abläuft. Also was diese Verwirrung, die du gut beschreibst, ausmacht, ist, wenn wir aus einem fixierenden Dasein wechseln in dieses sehr dynamische Erleben, das wahrzunehmen, aber gleichzeitig noch genauso viel Kontrolle haben wollen über dieses Erleben wie vorher. Und das gelingt uns nicht. Vorher war es sowieso nur eine Illusion von Kontrolle, jetzt merken wir, wie dynamisch das Erleben ist und wenn wir das jetzt versuchen, irgendwie zu kontrollieren und einzudämmen, ist unmöglich. Das ist ein unmöglicher Job und treibt uns zur Verzweiflung. Aber wie kontrolliere ich das dann? Oder wie machst du das? Nicht. Nicht. Ich kenne das halt aus Krankheitsaspekten. Ja. Dass ich in diesen Zuständen körperlich einfach Stoff zu viel im Körper, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Der triggert das dann an und dann läuft das ab, wie ständige, wandelte Traumerlebnisse nicht zu fassen sind. Ja. Es braucht eine erhöhte Durchlässigkeit dabei und was du tun kannst, und wenn du wirklich meinst, du müsstest dich erden, du müsstest dich stabilisieren, dann gehst du über den Körper. Ja. Gehst du über das Körperbewusstsein, über zum Beispiel auch einfach ein bisschen Gehmeditation machen oder auch im Garten arbeiten. Irgendwas mit dem Körper, ja, was du machen kannst, was deine Aufmerksamkeit in den Körper holt und nicht so stark im Mentalen bleibt. Das ist der klare Anker. Der wirkt. Der wirkt. Das kann auch deine Umgebung, kann dir dabei stehen, dass sie dich einfach in das Körperempfinden holt. Tut total gut, wenn dich dann so eine Karin an der Hand nimmt und sagt, du, ich bin hier, spür mal und so. Und schon bist du mit deinem Bewusstsein etwas stabilisiert in der Körperempfindung. Oder du gehst, oder du machst etwas draußen. Was diese, ähm, bin sehr vertraut mit diesem Prozess und was diesen, ähm, wirklich die Verwirrung dann zu etwas krankhaften macht, ist der Versuch, das alles zu kontrollieren, zu benennen und dem Ganzen auch noch Sinn zu geben. Ja. Wir versuchen, wir versuchen zu kontrollieren unser Leben, indem wir all diesen auftauchenden Feuerwerkselementen, die da so immer noch versuchen, dem einen Sinn zu geben. Und dann geht das aber so schnell, dass wir ganz verrückte Brücken in unserer Sinngebung machen. Ne, dann plötzlich bedeutet das so und so, dass die Tür jetzt aufgegangen ist und das und das bedeutet, dass dieser, dieses Geräusch jetzt kam und wir sind in unserem Bedürfnis, unser Leben zu strukturieren und sinngebend zu vernetzen, machen wir in der Hast, in der Eile ganz seltsame Verknüpfungen. Die dienen eigentlich nur dazu, uns eine Sicherheit zu geben. Und tatsächlich ist der Heilungsprozess eine Begegnung mit der Unsicherheit des Daseins, mit dem nicht fassbaren Aspekt des Seins. Und dafür offen zu werden und durchlässig zu merken, die grundlegenden Funktionen, die ich brauche, um zu leben, die laufen alle von selbst ab. Ich kann sehen, hören, sprechen, riechen, alles, denken, alles ist da, aber im Einzelnen läuft dieser Prozess mit solcher Geschwindigkeit ab, dass ich es besser lasse, das kontrollieren zu wollen. Der Versuch, das zu kontrollieren, verstärkt noch die innere Dynamik, weil plötzlich sind wir im Kampf mit unserem Erleben. Unser Erleben kommt uns irgendwie zu schnell vor, zu plastisch, zu lebendig und wir würden das Ganze ein bisschen beruhigen wollen und wir kämpfen da mit unserem Erleben, was diese Kräfte immer noch weiter verstärkt. Beim Meditieren zum Beispiel, der größte Faktor für einen abgelenkten, aufgewühlten Geist ist der Wunsch, einen ruhigen Geist zu haben. Deswegen geben es manche Menschen einfach auf. Das geht nicht, weil kaum will ich mich hinsetzen zum Meditieren. Ich gebe es auf. Das geht nicht. Mein Geist wird nicht ruhig, weil ich würde es ja so gerne. Und Sie merken nicht, dass, weil Sie es so gerne wollen, genau deswegen der Geist nicht ruhig wird. Wenn wir ihm so wie hier einen Freiraum lassen, ihr habt ja gemerkt, alle Meditationen, die ich angeleitet habe, waren so ganz öffnen und dann manchmal habe ich den Geist so ein bisschen fokussiert. Aber grundlegend ist diese Öffnung da. Alles darf sein. Wenn wir das machen, dann legt sich der Tsunami der inneren Erfahrung, der legt sich sehr bald. Sehr bald. Der kann sich austoben, wie so ein wildes Pferd, das über die Koppel rast. Irgendwann fängt es an zu grasen, sich dann hinzulegen. Und diese Haltung, Raum zu geben, das ist auch das, was uns sofort rausholt aus dieser sich abzeichnenden Verwirrung, wo ich denke, hey, ich werde verrückt. Wenn es so weitergeht, werde ich verrückt. Wir haben also im Drei-Jahres-Retreat tatsächlich auch Praktizierende aufgenommen, Männer aufgenommen, die schon mehrfach wegen Psychose im Krankenhaus waren und haben ganz klar mit ihnen vereinbart, was passiert, wenn sie diese Beschleunigung des Geistes erleben. Man muss bei den ersten Anzeichen seine Umwelt informieren und sagen, hey, bei mir beschleunigt sich gerade alles. Was haben wir gemacht? Gartenarbeit, Küchenarbeit, heiße Beidewanne, Massagen, also Körperkontakt und Raum geben. Und innerhalb von zwei Tagen waren diese Phasen gewöhnlich vorbei und mit der Zeit haben diese Praktizierenden gelernt, sich selbst zu regulieren, brauchten gar nicht mehr ihre Umgabe. Und wo ich das alles gelernt habe, ist von einem Freund, Edward Potwoll, der hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, die erste Auflage auf Deutsch hieß Verlockung des Wahnsinns. Der beschreibt ja diese ganzen Prozesse, diese Mikroprozesse, die es in die Psychose führt, ist ein Buch über die Psychose. Und bitte helft mir doch, wie heißt denn die zweite Ausgabe? Die hat einen völlig anderen Titel. Das erste war, glaube ich, Erisiana Verlag, war die erste Aufgabe, Verlockung des Wahnsinns. Da hat es den Verlag gewechselt. Auf Englisch hieß die zweite Ausgabe sowas wie Inseln der Klarheit. Aber such mal unter dem Namen Edward Potwoll. P-O-D, P-O-D und dann voll. V-O-Doppel-L. Der Vorname ist Edward. Und der hat nur ein großes Buch geschrieben. Du wirst zig Artikel von ihm finden, weil er war zwölf Jahre Leiter des Naropa-Instituts in Boulder bei Trompa Rinpoche. Und war Psychiater, heudianischer Analytiker, jungianischer Analytiker, hat zwölf Jahre Lehranalyse gemacht und hat dann Trompa getroffen, war Leiter des Instituts und war der Leiter eben dieses psychologischen Ausbildungsprogramms dort. Und hat dann die letzten Jahre bei Gennen Rinpoche verbracht. Wir haben zusammen Betrieb gemacht, haben uns eng befreundet und da haben wir ganz intensiv diese Prozesse miteinander noch studiert und ausgetauscht. Und da gibt es nur ein Buch und das ist es dann. Wenn du den Titel findest, da geht es irgendwie vielleicht um Inseln der Klarheit oder wie genau das heißt oder kann mir niemand helfen, kennt niemand den aktuellen Titel von dem Buch. Ich vergesse ihn immer wieder. Ich weiß noch den Namen. Ja, genau. Ne? Kannst du noch mal den Namen bestellen? Potwoll. P-O-D P-P-O-D und voll. V-O-Doppel-L Der Topf ist voll. Das iPod ist voll. Jetzt Pause. Ich bin froh. Also froh. Wandels am Grand feet. Ich bin froh.